Ja hallo aus dem Schlagerlab, heute mit der Beantwortung der Frage, Coverversion erlaubt oder doch nicht? Da gibt es zwei Seiten, die man da betrachten sollte. Das eine ist die urheberrechtliche Seite und das andere ist die mechanische Seite. Mal zu Punkt 1. Eine Coverversion ist eigentlich eine Umgestaltung eines Musikstückes und somit braucht man die Einwilligung der Urheber. Ja, also das heißt, wenn ich ein Stück umgestalte, muss ich die entsprechenden Urheber um die entsprechende Erlaubnis bitten. Jedoch sind die meisten Stücke verlegt und somit ist der Verlag der Ansprechpartner. Und jetzt ist die Frage, muss ich als Coverinterpret eine sogenannte Freigabe eines Verlages haben, damit ich eine Coverversion veröffentlichen darf? Und die Antwort ist ja und nein. Ja, wenn ich das Stück maßgeblich verändere und nein, wenn ich eben das Stück nicht maßgeblich verändere. Denn mit der Veröffentlichung des Liedes ist der Interpret, sind die Urheber ja mit dieser Form des Stückes zufrieden und übertragen die Nutzungsrechte an die Verwertungsgesellschaft, die GEMA, die AKM. Und eben diese GEMA und AKM ist jetzt dann auch dafür zuständig, diese Nutzungsrechte zu verwalten und auch zu erteilen. Das heißt, zum einen ist sie verpflichtet den Urhebern und zum anderen auch den Musiknutzern. Und somit ist es eigentlich nicht notwendig, eine explizite Freigabe des Verlages zu haben für eine Coverversion, wenn es keine maßgebliche Umgestaltung gibt. Das wäre mal quasi die urheberrechtliche Betrachtung und auf der anderen Seite gibt es die mechanische Seite. Das heißt, wenn jetzt Interpreten eine Coverversion machen und sich ein Playback übers Netz runterladen, da draufsingen, ist das eine sehr, sehr gefährliche Geschichte, denn man hat nicht die mechanischen Rechte an dem Playback. Beziehungsweise, wenn man so ein Playback auch käuflich erwirbt, erwirbt man nicht die Lizenz zur Veröffentlichung. Und das ist eben genau der Punkt, dass meine Empfehlung dahin geht, wenn man eine Coverversion macht, braucht du auf jeden Fall ein Studio, einen Arrangeur, der dieses Stück neu arrangiert, natürlich im Sinne des Originals und somit keine Umgestaltung macht, sondern eine Nachgestaltung, wenn man es so haben will. Und diesen Titel dann eben mit all den Rechten, mit den mechanischen Rechten, also was die Aufnahme betrifft, quasi, dann auch veröffentlichen kann. Und ja, das wäre mein Tipp. Also zum einen Coverversion, ja, mechanische Rechte, ganz wichtig, eben alle Rechte haben, bevor man sie veröffentlicht. Das heißt, kein Playback aus dem Internet und dann drauf singen, sondern wirklich im Studio eines anfertigen lassen, ganz normal fertigstellen und dann kann man auch ganz normal den Titel veröffentlichen. Ich hoffe, euch somit irgendwie ein bisschen Licht auch in diese Geschichte gebracht zu haben und melde mich dann in Kürze wieder, wenn es heißt, eine Frage muss beantwortet werden hier aus dem Schlager-Lab. Also, führte euch, liebe Grüße, euer Schlager-Komponist Hannes Maut. Baba.